Schaut mal, hier möchte ich euch zeigen, wie wir eine Königin greifen können ohne diese Griffkäfige. Bin ich auch nicht der Freund von, weil ihr wisst ja, die Königin, die ist zwar robust, aber am Hinterleib äußerst filigran. Und deswegen hier der kleine Trick, wie ich das mache. Ich nehme hier meine vier Finger, damit kessel ich die Königin nur ein, schaut mal. So, funktioniert nicht immer, speziell wenn ich eben hier jetzt mit der linken Hand die Kamera halten muss. Normalerweise habe ich die irgendwie noch so als Griff. So, habt ihr es gesehen? Muss ich zugeben, war jetzt schlecht gemacht, weil mir hat einfach hier jetzt die zweite Hand gefehlt. Normalerweise halte ich die Wabe ein bisschen senkrecht und dann greife ich mit meiner rechten Hand rein. Käfige die Königin nur mit meinen Fingern, mache die Finger immer dichter, dass die Königin hochlaufen muss und dann nehme ich sie in die Faust rein.